Johnny! Alter Junge, schön dich mal wiederzusehen. Hallo, Pat. Was ist, genehmigen wir unseren Whisky? Der Anblick unserer fettleibigen High Society schlägt sich bei mir immer etwas auf den Magen. Sei nicht böse, Pat, ich muss zu den anderen. Hobby wurde eben gesichtet. Ach, dem seine Albernheiten kenn ich schon. Sein architektonischer Stil ist genauso verrückt wie er selbst. Ist eigentlich der große Money-To-Leut mit seinem lieblichen Töchterlein schon gesichtet worden? Nein, bisher noch nicht. An den kommst du nicht ran, Pat. Dem seine Loge ist gut abgesichert. So lang, Pat. Ja, dann viel Spaß bei uns, sonst macht ein Playboy vom Dienst. Mr. Hobby, stimmt es, dass der freischwebende Logenring bei jedem Schritt schwankte, während er genietet wurde? Ja, wie ein Schwabbelpudding. Doch jetzt hält er, wie jeder man sehen kann. Haben Sie eine Neuigkeit für die Sunday-Post, Mr. Hobby? Unbedingt. Mein Konstruktionsbüro arbeitet auf Hochtouren an einem neuen Projekt. Wir werden einen tausend Fuß hohen Galgen bauen und alle Reporter New Yorks dran aufhängen. Tut mir leid, Kinder. Ich hatte es mir etwas gemütlicher vorgestellt, aber von den Reportern sind wir nur in meiner Loge sicher. Nur Mut, was sagst du zu meinem Werk? Es ist dir ganz großartig gelungen, Hobby. Nur... Nur? Ein wenig zu prugvoll. Es lebt doch sehr vom Eigentlichen ab. Tja. that day. auch